Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein bemerkenswertes Interview von Dr. Hans-Christoph Berndt bei Phönix. Es ist jetzt das zweite Interview in Folge, aber ich denke es kann nicht schaden, dass Berndt bekannt wird. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal eine Wahlempfehlung abgeben, die wahrscheinlich die wenigsten überrascht. Natürlich AfD wählen. Es hat mich auch sehr gefreut, dass diese ganzen Leute, Ken Jebsen oder bei vielen, wo man denkt, sie sind vielleicht ein bisschen links ursprünglich, dass sie nicht die Empfehlungen für BSW gegeben haben. Da werden wahrscheinlich viele bei Warenknechts lange Gesichter machen. Es ist sehr wichtig, die Wahl morgen, weil es steht spitz auf Knopf. Den Umfragen nach, soweit man ihnen glauben kann, die SPD, sie ist knapp hinter der AfD und es ist ein Rennen zwischen SPD plus CDU und AfD und BSW. Also es könnten diese Koalition, es wäre natürlich jetzt anzustreben, dass AfD und BSW die Mehrheit haben. Jetzt werden viele sagen, BSW ist eine Altpartei, aber ich denke, BSW ist differenzierter zu betrachten. Aus meiner Sicht, Sarah Warenknecht, sie hat sich extrem schuldig gemacht mit ihrer Diffamierung gegen die AfD. Sie hat der AfD wirksam geschadet, in dem nicht, das Problem ist nicht, dass sie die AfD-Wähler auf sich gezogen hat, sondern sie hat verhindert, dass Altparteienwähler AfD wählen. Das hat sie, denke ich, sehr wirksam durch ihr Framing erreicht. Das ist ihr hoch anzulasten und das verzeihen ihr viele nicht und auch zu Recht nicht. Auf der anderen Seite ist BSW, muss man aber Sarah Warenknecht anrechnen, dass sie tatsächlich mit ihrer Kritik an dem Ukraine-Krieg, an den Waffenlieferungen, dass sie tatsächlich viele Leute erreicht hat und da auch substanziell inhaltlich gut argumentiert hat. Das hat sie sich natürlich, um diese Leute zu erreichen, hat sie sich natürlich damit erkauft, die AfD schlecht zu machen. Ich denke, es ist aber ein Irrtum zu glauben, dass BSW eine Altpartei ist, die als Steigbügelhalter funktionieren wird. Sondern BSW wird vor allen Dingen mit der CDU nicht koalieren. Ich denke, das ist, man hört das auch schon durchklingen bei Friedrich Merz, er hat erklärt, dass er eine Koalition mit BSW sehr für sehr unwahrscheinlich hält. Für sehr unwahrscheinlich hält. Und woran liegt das? Das liegt an der unscheinbaren Raketenstationierung, die für die meisten Leute in Deutschland überhaupt kein Thema ist, die das irgendwie denken, ja, die Amerikaner, die Stationierende irgendwas, ist ja alles normal, ist jetzt nicht so wichtig. Oder warum sollten sie es nicht stationieren? Aber daran wird es scheitern. Weil ich traue Warenknecht zu, dass sie da ihr Wort halten wird. Weil sonst war ja alles umsonst. Weil sonst ist es ja wirklich, warum hat sie sich sonst die Mühe gemacht? Was sollte das Ganze? Sie würde sich ja lächerlich machen, vor allem. Und hier muss man natürlich auch kritisch anmerken, dass es in der AfD auch Bestrebungen gibt, mit der CDU zu koalieren. Und das ist aus meiner Sicht sehr kritisch zu sehen. Also ich finde das nicht natürlich, dass AfD mit CDU koaliert. Das mag auf den ersten Blick bei bestimmten wirtschaftlichen Themen Sinn ergeben. Aber bei den geostrategischen Themen, oder auch die CDU hat ja ihre Fahnen in den Wind gehangen. Aus meiner Sicht, die CDU ist, ja, also natürlich nur als Juniorpartner ist das möglich. Weil man natürlich jetzt sagen muss, dass BSW natürlich schwach ist. Das ist auch das Problem für Sarah Warenknecht, dass sie in einer schlechten Position ist. Es scheint ja so, dass der Aufstieg von BSW steil ist. Aber tatsächlich, dadurch, dass BSW nicht halb so stark ist wie die AfD, ist sie in einer ganz schlechten Position für Koalition. Das heißt, sie ist dann in Koalition mit der CDU und SPD, ist sie ein Juniorpartner und hat nichts zu sagen. Wohingegen, wenn die AfD stärker ist als die CDU, dann hat sie natürlich eine ganz andere Position. Jetzt im Folgenden das Interview mit Dr. Hans-Christoph Berndt. Dann machen wir weiter dazu. Und ich begrüße jetzt in Potsdam Hans-Christoph Berndt, Spitzenkandidatin der AfD in Brandenburg. Guten Abend. Guten Abend, Frau Abratzke. Herr Berndt, am Sonntag sind die Wahlen in Brandenburg. Lassen Sie uns erst mal auf ein bundespolitisches Thema schauen. Die Union hat jetzt gerade sich darauf geeinigt, Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten zu nominieren. Was sagen Sie denn dazu? Das ist die Sache der Union. Was im nächsten Jahr sein wird, werden wir mal sehen. Ich denke, dass zum Beispiel das Bündnis Sarah Warenknecht dann eine untergeordnete Rolle spielt, weil sie es gerade in Thüringen, Sachsen und vermutlich auch bald in Brandenburg entzaubert. Wenn wir jetzt auf die Brandenburger Wahlen schauen, dann sehen wir ja im Moment, dass die Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ihnen und der SPD prognostizieren. Im Moment haben Sie noch leicht die Nase vorne. Mit wem wollen Sie denn reagieren? Das werden wir sehen. Wenn wir stärkste Kraft werden, dann bieten wir allen, die in den Landtag gewählt werden, Gespräche an. Wir kennen keine Brandmauern. Wir respektieren das, wenn Fraktionen, wenn Parteien in den Landtag gewählt sind und bieten allen Gespräche an. Die Brandenburger wollen eigentlich mit 55% gerne den alten Ministerpräsidenten behalten. Dietmar Woidke, Sie wollen den Umfragen nur 7% sehen als Ministerpräsidenten. Gibt Ihnen das zu denken? Frau Abratzky, wenn ich 2 Jahre Ministerpräsident bin, dann werden mich 70% wollen. Das liegt einfach daran, dass Dietmar Woidke seit langer, langer Zeit hier regiert, der bekannteste Politiker in Brandenburg ist. Das macht mir keine Sorgen, dass das in den Umfragen derzeit so aussieht. Was würden Sie denn sofort umsetzen als Ministerpräsident? Als erstes würde ich mal einen Erlass erlassen, dass keine Regenbogenfahren mehr aufgezogen werden, sondern nur noch Schwarz-Rot-Gold und Brandenburg fahren, um deutlich zu machen, dass unsere Politik darauf ausgerichtet ist, für die eigenen Leute da zu sein. Ich halte es für überfällig, dass wir in Deutschland mal wieder Politik für die eigenen Leute machen und nicht für die Welt und für sonst wen. Brandenburg hat 2,1% Wirtschaftswachstum. Das ist Spitze in Deutschland. Also wirklich eine gute Leistung auch der derzeitigen Regierung. Da gibt es doch nichts gegen zu sagen. Da brauchen Sie ja nicht unbedingt die Regenbogenfahnen zu bannen. Naja, das ist vor allem eine gute Leistung von Elon Musk. Der hat ja das Tesla-Werk hingesetzt und nicht die Brandenburger Regierung. Die hat dafür gesorgt, dass das Tesla-Werk am falschen Standort steht, nämlich im Wasserschutzgebiet. Und im Übrigen ist ja Tesla so eine Art UFO hier in Brandenburg. Wir sind geprägt von kleinen und mittelständischen Betrieben. Und wenn Sie mal mit denen reden, mit den Mittelständlern, dann sage ich Ihnen, die haben alle den Kanal voll. Die ächzen unter Bürokratie, unter hohen Energiepreisen und dass sie keine Mitarbeiter mehr finden. Und da hat die Regierung überhaupt nichts zustande gekriegt. Was würden Sie denn gegen den Fachkräftemangel zum Beispiel tun? Das ist ein komplexes Problem. Das würde man auf drei Stufen angehen. Kurzfristig würden wir für Remigration sorgen, weil Migration Fachkräfte vertreibt und Fachkräfte bindet. Wir würden auch die Ausbildung umändern, dass nämlich nicht mehr die Hälfte eines Jahrgangs Abitur macht, sondern wir würden die berufliche Bildung stärken. Wir würden uns auch darum kümmern, dass diese 1,2 Millionen Menschen in Deutschland, von denen ja dann statistisch ungefähr 30.000 und auch in Brandenburg sind, junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, die gar nichts machen, wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt werden. Und damit hätten wir schon eine ganze Menge gewonnen. Und natürlich würden wir dann uns darum kümmern, dass ernsthaft mal angefangen wird mit dem Bürokratieabbau, mit dem Abbau von Vorschriften. Denn jede Fachkraft, ob es ein Lehrer ist, ob es ein Arzt ist, sagt Ihnen, ein Viertel der Arbeitszeit geht mittlerweile für Dokumentation und Bürokratie drauf. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Wenn wir das nur halbieren könnten, dann hätten wir ja schon 10 Prozent Fachkräfte gewonnen. Das wäre ja etwas, wo hinter sich, glaube ich, alle versammeln könnten. Wenn Sie sagen, Sie wollen Reimmigration als erstes umsetzen, dann fehlen Ihnen aber erst mal Leute. Und die können ja nicht einfach so schnell Leute ersetzen. Also brauchen Sie denn Zuwanderung auch als qualifizierte Fachkräfte? Naja, wir haben ja keine Zuwanderung durch qualifizierte Fachkräfte, sondern das Gegenteil. Zum Beispiel verlassen jährlich 2.000 Ärzte Deutschland. Und wir haben auch eine Abwanderung von Fachkräften aus Brandenburg. Und das, was wir haben, ist eine Asylzuwanderung. Und die bindet Fachkräfte, weil sie einen hohen Betreuungsaufwand hat und weil die Zustände im Land, in Deutschland, mittlerweile so werden, dass qualifiziertes Personal wegen der Migration, aber auch wegen der Steuern und wegen der ganzen Atmosphäre im Land, unser Land verlassen. Herr Bernd, eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Der Brandenburger Verfassungsschutz, der stuft Sie als erwiesenen Rechtsextremisten ein. Wie sehen Sie sich selber? Naja, der Verfassungsschutz ist eben die Abteilung 5 des Innenministeriums. Und das ist eine ganz billige Methode, einen politischen Gegner zu markieren. Das interessiert die Leute mittlerweile kaum noch. Schauen Sie nach Thüringen. Der Leibhaftige ist dort Landesvorsitzender und die AfD ist mit großem Abstand stärkste Kraft geworden. Dann schauen wir mal, wie die Wahlen in Brandenburg ausgehen. Denn Hans-Christoph Bernd war das der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg. Es ist ein Interview, das auf den ersten Blick fair erscheint. Die Fragen sind kritisch, aber Dr. Hans-Christoph Bernd, er kann ausreden. Und er kann ja scheinbar, er kann ja die AfD glücklich befördern durch seine Antworten. Und aus meiner Sicht auch hier seine Antworten, die sind sehr klar durchdacht und knapp formuliert. Und das ist das eigentlich das Optimum. Also er kann, er ist denke ich wirklich einer der stärksten in der AfD. Auf den ersten Blick unscheinbar, aber für den Mainstream, ich denke es ist für die Öffentlich-Rechtlichen, für die großen Medien ganz gefährlich, wenn Dr. Hans-Christoph Bernd, wenn er der Öffentlichkeit bekannt wird. Weil er ist so schwer frambar wie kaum jemand in der AfD. Natürlich gibt es viele, die nicht frambar sind, aber er ist jetzt Spitzenkandidat. Und er macht einen sehr ruhigen, bedächtigen Eindruck und er passt dann überhaupt nicht in das Framing rein. Warum war jetzt das Interview unfair? Ich denke, viele haben es schon gemerkt, das war eine Werbeveranstaltung für die SPD. Also es wurde gelobt, die Moderatorin hat erklärt, die SPD, sie hat eine gute Wirtschaftspolitik gemacht, sie, ja, 2,1%, dann der Ministerpräsident wäre ganz beliebt. Und jetzt kann man ja sagen, ja, okay, das ist ja normal. Also jetzt wird hier die AfD konfrontiert damit und da kann ja die AfD die Gegenposition einnehmen. Ist ja ganz normal, ist ein kritisches Interview. Entscheidend ist jetzt, und das macht den Nachweis schwierig, macht es für die AfD schwierig, dass natürlich das umgekehrt nie so ist. Also in einem Altparteieninterview würde es nie so sein, dass die AfD gelobt wird. Die AfD hat ja hier und die, hat ja hier die und die guten Themen, hat ja die beliebten guten Leute. Umgekehrt gibt es das nie. Und das macht natürlich aber, weil es natürlich ganz viele Interviews gibt, macht es den Nachweis schwierig. Aber hier hätte, aus meiner Sicht hat Dr. Hans-Christoph Bernd, der hat sehr gut geantwortet, aber hier hätte er die Aufmerksamkeit darauf lenken können. Indem er fragt, wann denn die AfD in anderen Interviews so gelobt wird, wie jetzt die SPD hier gelobt wird. Es ist meiner Sicht ganz entscheidend, immer die Aufmerksamkeit auf die Medien zu richten. Am Ende kam noch der Verfassungsschutz und hier ist es genau das Gleiche. Das Verfassungsschutzargument wird gebracht und dann sagen die Öffentlich-Rechtlichen, ja gut, die AfD kann sich jetzt ja hier positionieren. Und hier hätte Bernd aus meiner Sicht die Aufmerksamkeit darauf lenken können, also den Gedankengang bei den Zuschauern erzeugen können. dass es nicht seine Aufgabe ist, zu erklären, dass der Verfassungsschutz weisungsgebunden ist. Dass er nicht unabhängig ist. Sondern er hätte hier erklären können, dass es eigentlich die Aufgabe von den Moderatoren ist, das dem Publikum zu erklären. Und vor allen Dingen hätte er erklären können, dass nicht die Suggestion, dass auch die Moderatoren, dass die Suggestion, da kann er sagen, es ist beabsichtigt, oder da kann er sagen, es ist unbeabsichtigt, aber er kann deutlich machen, es wird die Suggestion verbreitet, es sei eine unabhängige Behörde, wie ein Gericht. Und er kann darauf aufmerksam machen, dass es genau von der Moderatorin es die Aufgabe gewesen wäre, auch in dieser Frage, das einzuordnen. Und nicht, dass er das dann einordnen muss. Das ist nicht seine Aufgabe. Sondern es ist die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Und außerdem aus meiner Sicht wäre es wichtig gewesen, es ist denke ich generell ein Fehler von der AfD oft zu sagen, dass mit dem Verfassungsschutz, das zieht bei den Leuten nicht mehr. Das stimmt nämlich auch nicht. Es zieht bei den Leuten sehr wohl. Und aus meiner Sicht wäre es an der Stelle besser gewesen, wenn er gesagt hätte, das mit dem Verfassungsschutz, das schadet uns, weil dann wird natürlich auch deutlich, dass diese Moderatorin, dass durch die Art und Weise, wie sie jetzt den Verfassungsschutz darstellt, also was sie suggeriert mit ihrer Frage, dass es eine unabhängige Behörde ist, dann dadurch wird deutlich, wenn er jetzt sagt, das schadet der AfD, dann wird deutlich, aha, ja ohne, die AfD hat jetzt schon viele Prozente, ohne dieses Stigma wären sie noch viel stärker. Also aus meiner Sicht denke ich, wäre es viel glücker zu sagen, das mit dem Verfassungsschutz schadet uns, aber trotzdem dringend wir, manche Leute verstehen es und es werden immer mehr Leute verstehen. Aus meiner Sicht war die Begrifflichkeit, wie er das wieder geschildert hat, perfekt. Also prägnant auf den Punkt gebracht, die AfD wird damit markiert. Also ich habe diese Formulierung noch nie gehört und ich finde sie ausgezeichnet, weil das trifft es genau auf den Punkt. Und es macht mit einem Satz alles klar, auch vor dem Publikum. Also aus meiner Sicht, diese Formulierung, die hat wirklich perfekt gesessen, wie viele Formulierungen von Bernd. Es ist, denke ich, auffällig, dass natürlich Tino Kupala lernt dazu, aber diese promovierten Leute, also ich habe das jetzt ja selber gemerkt, das ist kein, nicht unbedingt ein Naturtalent, sondern es liegt daran, dass man viel sich mit Text auseinandersetzt. Also wenn man dann an so einer Doktorarbeit sitzt, man muss ständig formulieren, Sätze ändern und man setzt sich mit der Sprache nochmal ganz anders auseinander. Also ich bin sprachlich, denke ich, nicht talentiert und ich habe da auch eine Menge bei gelernt und das, denke ich, das merkt man bei Bernd, er kann ausgezeichnet formulieren. Also die Sachen prägnant, wirklich super formulieren. Also bestimmt auch viel besser als ich. Also so gut wie es wenige können. Natürlich viele in der AfD können es gut, aber er fällt mir jetzt hier ganz besonders auf. Was auch noch auffällig war bei der Formulierung, wir machen Politik für die ganze Welt. Und aus meiner Sicht, das ist auch nicht richtig. Das ist nur scheinbar so. Tatsächlich machen wir nicht Politik für die ganze Welt, sondern wir machen Politik für bestimmte Lobbygruppen, wo man es aber auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also es ist nur scheinbar für die ganze Welt, aber tatsächlich werden geostrategische Interessen bedient. Das ist ja auch mit dieser unkontrollierten Masseneinwanderung ist es ja auch so. Es ist ja nur scheinbar, hilft man der Welt, man hilft aber in Wahrheit der Welt gar nicht und vor allen Dingen die EU, und das wird auch nicht transportiert, das haben viele, denke ich, noch nicht verstanden, mit den Agrarsubventionen, durch die Wirtschaftspolitik oder auch durch die Entwicklungspolitik tatsächlich die Wirtschaft unten gehalten wird in der dritten Welt. Und das ist nicht, ja, das ist eigentlich eine knallharte Interessenspolitik ist. Aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich Donald Trump, der hat das auch nicht verstanden, weil er ein Seiteneinsteiger ist, das natürlich ist immer Amerika first war. Und das ist eine ganz, und so ist es auch hier, dass es natürlich nicht eine selbstlose Politik ist, sondern es nur scheinbar selbstlos dabei hilft es bestimmten Leuten. Aus meiner Sicht ein, ich meine, ich habe es ja schon am Anfang angesprochen, denke ich mit BSW, da wird es in Zukunft, das wird sehr spannend werden. Weil natürlich, Wagenknecht hat jetzt einen starken Schaden angerichtet. Aber ich denke, den Schaden, den sie angerichtet hat, das was daran gut ist, oder das, das wird sich jetzt zeigen. Weil das Gute daran ist, dass sie jetzt mit der CDU, ich gehe davon aus, man wird das sehen, aber ich gehe davon aus, dass es keine Koalition mit der CDU geben wird. Es wird an den Waffenlieferungen und vor allen Dingen an den Raketen, an der Raketenstationierung wird das Ganze scheitern. Wagenknecht wird das scheitern lassen. Und dann stehen natürlich die großen Medien vor einem Riesenproblem. Weil natürlich dann die Brandmauer zur AfD, es ist dann schon schwieriger zu verkaufen, als wenn jetzt BSW ganz freundlich gegenüber AfD eingestellt wäre. Dann wäre natürlich die Brandmauer gegenüber BSW leichter zu verkaufen, als wenn jetzt BSW die AfD diffamiert und einen eindeutig, auch erkennbar, eindeutig eigenständigen Bereich bildet. Und vor allen Dingen dann Wagenknecht auch noch Medienpräsenz bekommt dadurch. Also die Medien kaufen sich jetzt mit der Medienpräsenz von Wagenknecht das AfD-Bashing ein. Aber die Rechnung von Wagenknecht, die wird kommen, denke ich. Und ich bin, ich habe es schon in vielen Videos angesprochen, schon lange, dass ich sehr zwiegespannt bin und ich bin der Meinung, dass es sich nicht gelohnt hat, die AfD so zu diffamieren, dass das nicht wert ist. Aber trotzdem kann man jetzt gespannt sein, zu sehen, wie sich das entwickelt wird. Und ich denke, es wird sehr interessant werden, vor allem in Thüringen. Weil ich habe ja auch schon ein Video darüber gemacht, dass ja eigentlich Wagenknecht schon alle Karten auf den Tisch gelegt hat, wenn man genau hinhört, dass sie eigentlich sagt, wenn Höcke weg ist, dann gibt es eine Koalition. Aus meiner Sicht. Also so hat sich das verstanden. Und es ist dann natürlich an Höcke zu entscheiden, ob er zurückzieht. Weil es sich das Problem ist jetzt für BSW, sie haben sich jetzt auf die Position gesetzt, dass Höcke unmöglich ist. Ich persönlich sehe das, also das ist völlig übertrieben. Es ist einfach falsch. Also das ist nicht, das ist völlig inadäquat, völlig unangemessen, völlig unausgewogen, ihn als Rechtsextremisten hinzustellen. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber natürlich ist jetzt wahrscheinlich der Trick der, dass natürlich nur so, dass so natürlich BSW gesichtswahrend sagen kann, wir machen mit der AfD keine Koalition, dass sie sich so retten können. Und sagen, ja, wir würden mit der AfD, wenn Höcke nicht wäre. Und sie sich dann so rauswinden können. Aber man wird ja sehen, wie das jetzt weitergeht. Ob da auch ich ganz Unrecht liege, ob dann BSW doch mit SPD und CDU oder mit Linken oder wie auch immer, dass sie auch so eine Koalition machen. Aber ich denke, das wird, wenn vielleicht viele bei BSW wollen, aber Wagenknecht wird das nicht wollen. Und wenn Wagenknecht aus BSW rausgeht, ist BSW am Ende. Und ja, man wird, man kann, vielleicht liege ich auch vollkommen falsch und Wagenknecht macht das, aber ich würde vermuten, wir werden es in ein paar Monaten sehen, Ich denke, dass die CDU, dass die Koalition mit BSW, was hat ja auch schon mehr gesagt, es wird scheitern. Und dann wird es richtig spannend, wie das dann weitergeht. Und das wird natürlich für die großen Medien und für die Altparteien ein Problem. Und spannend ist ja auch zu sehen, dass nach aktuellem Stand die FDP und Linke aus dem Bundestag rausfallen bei der nächsten Bundestagswahl und dass es dann von den Parteien drei gegen zwei ist plötzlich wäre. Also es wären dann CDU, SPD, Grüne gegen AfD, BSW, wo natürlich BSW auch gegen AfD ist, aber natürlich mit der Ukraine-Politik, mit den Waffenlieferungen und den Raketen ist es dann drei gegen zwei. Wobei man hier sogar sagen muss, dass BSW sogar mit den Raketen und der Ukraine, da gibt es natürlich in der AfD auch Strömungen. Also da steht vielleicht sogar BSW sogar gerade als die AfD. Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist, wenn man jetzt da, wenn man sich jetzt den Verband NRW und Hamburg anguckt und so weiter und so fort, dann, ja, dann muss man erst mal schauen, wie sich das bei der AfD entwickelt. Trotzdem gebe ich jetzt, ja, wie ihr erwartet, meine Wahlempfehlung für AfD ab, natürlich. Wobei natürlich auch bei der AfD alles nicht perfekt ist und man das immer kritisch im Auge behalten muss. Ihr könnt ja schreiben, wen ihr wählen würdet, aus welchem Grund, warum BSW doch viel besser ist als AfD. Es gibt ja auch einige hier, die BSW gut finden und Höcke und alle und was weiß ich, aus welchem Grund sie das nicht gut finden und BSW gut finden. Ihr könnt ja schreiben, warum BSW doch viel besser ist, was ich jetzt hier vergessen habe oder umgekehrt, warum AfD viel besser ist. Bis morgen oder hoffentlich vielleicht noch bis später. bis jetzt. So.